Deutschsprachiger Islamunterricht für Kinder und Jugendliche Heirat im Islam Wenn ein Mädchen das Heiratsalter erreicht hat, ist es üblich, dass die Eltern bei der Wahl des Ehegatten die Hauptrolle spielen. Das Mädchen muss aber zu Rate gezogen werden. Es wird berichtet, dass ein Mädchen zum Propheten Mohammed, Frieden sei mit ihm, kam und sich darüber beklagte, dass man sie verheiratet hatte, ohne sie zu befragen. Der Prophet, Frieden sei mit ihm, sagte zu ihr, dass sie die Vermählung lösen könne, wenn sie dies wünsche. Das Mädchen sagte, ich nehme die Ehe an, aber ich wollte sicherstellen, dass Frauen wissen, dass Eltern kein Recht haben, ihre Töchter gegen ihren Willen zu verheiraten. Heutzutage haben die gebildeten muslimischen Mädchen mehr Mitspracherecht bei der Wahl des Ehemannes, aber die Meinung der Eltern über den jungen Mann wird immer noch als etwas sehr Wichtiges angesehen, und es kommt selten vor, dass ein Junge oder Mädchen gegen den Willen der Eltern heiratet. Es ist Teil der islamischen Tradition, dass beide mit dem Einverständnis der Eltern oder ihres Vormundes verheiratet werden. Eine Witwe oder Geschiedene jedoch darf heiraten, wen sie möchte, wohl deswegen, weil man davon ausgeht, dass sie genug Reife und Erfahrung besitzt, um für sich selber zu entscheiden. Wenn ein Mädchen oder eine Frau heiratet, ist es ein wesentlicher Bestandteil der Eheschließung, dass der Bräutigam ihr eine Morgengabe übergibt, die von Vereinbartem Wert ist. Diese Morgengabe entspricht nicht der früheren abendländischen Mitgift, die der Vater seiner Tochter bei der Hochzeit mitgab, und die dann Eigentum des Ehemannes wurde. Die Morgengabe im Islam gleicht auch nicht dem afrikanischen Brautpreis, den der Bräutigam dem Vater der Braut als eine Art Bezahlung oder Ausgleich gibt. Die Morgengabe im Islam ist vielmehr ein Geschenk des Bräutigams an die Braut, und sie gehört ihr allein. Sie bleibt ihr Eigentum, auch wenn sie vielleicht einmal geschieden werden sollte. Nur im Falle des Chola, das heißt Ehescheidung auf alleiniges Verlangen der Ehefrau, kann von ihr gefordert werden, dass sie die Morgengabe oder einen Teil davon zurückgibt. Das Verhalten, das vom Ehemann erwartet wird, ob er nun mit seiner Frau in gutem oder schlechtem Verhältnis steht, ist im Koran klar niedergelegt. Verkehrt in Billigkeit mit ihnen, und so ihr Abscheu gegen sie empfindet, empfindet ihr vielleicht Abscheu gegen etwas, in das Allah viel Gutes gelegt hat. Ein anderer wichtiger Vorteil für die Frau im Islam besteht darin, dass es nicht zwei verschiedene Maßstabe auf moralischem Gebiet gibt. Auch wenn die Männer in der ganzen Welt die Frauen gewöhnlich für Handlungen tadeln, über die sie Beise hinwegsehen, nach dem Koran und den Lehren des Propheten, Frieden sei mit ihm, fordert Gott gleiches moralisches Verhalten von Männern wie von Frauen und verhangt für Männer und Frauen die gleichen gesetzlichen Strafen, wenn sie die Gesetze der Moral übertreten. Auch wenn die Scheidung beschlossen ist, wird die gute Behandlung, die oben erwähnt wurde, nach wie vor verlangt. Der Koran sagt, dann aber müsst ihr sie in Güte behalten oder im Guten entlassen. Und es ist euch nicht erlaubt, etwas von dem, was ihr ihnen gabt, zu nehmen. Deshalb kann die Morgengabe und andere Geschenke, die der Mann der Frau gegeben hat, nicht zurückgenommen werden. Der Koran sagt auch, und wenn ihr euch von euren Frauen scheidet und sie ihre Frist erreicht haben, dann behaltet sie in Gute oder entlässt sie in Güte, und haltet sie nicht mit Gewalt, so, dass ihr euch vergeht. Wer dies tut, der sündigt wider sich. Die gute Behandlung der Frauen und der Familie ist ein Teil der Religion des Islam. Der Prophet Muhammad, Frieden sei mit ihm, hat gesagt, diejenigen unter den Gläubigen, welche die beste Wesensart haben und ihren Familien gegenüber am freundlichsten sind, sind die vollkommensten im Glauben. Und nach einem anderen Hadith, die besten von euch sind diejenigen, die zu ihren Frauen am freundlichsten sind. Die Ehescheidung wird im Islam nur als ein letzter Ausweg angesehen. Der Prophet Muhammad, Frieden sei mit ihm, hat gesagt, von allen Dingen, die Gott erlaubt hat, verabscheut er die Scheidung am meisten. Teile das Video mit Freunden, wenn es dir gefallen hat.